Freunde, der 8. Spieltag der Bundesliga-Saison 2024-25 steht vor der Tür und natürlich gibt es jetzt dazu meine Prognose. Lasst vorab gerne schon mal einen Daumen nach oben da und wenn ihr neu hier seid und Prognosen wie diese, aber auch Fußballtalks im Allgemeinen mögt, dann gebt euch einen Kick und lasst gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Zunächst wie immer der Blick auf unsere Kick-Tipp-Runde. Auf Platz 1, hungriger Hugo mit 111 Punkten, schlauer Opa auf der 2 mit 108, Martinho 103, J8 Jonas Q 102 Punkte. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie du am liebsten ausgesprochen werden möchtest. Und auf der 5 teilen sich dann den Platz Ben nur der BVB und Chris AO86 mit 99 Punkten. Und an der Stelle wie immer der Hinweis, wer noch am Tippspiel teilnehmen möchte, der findet wie immer den Link dazu in der Videobeschreibung. So und jetzt kommen wir auch zur Freitagabendpartie zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach. Ein Duell zwischen Tabellennachbarn, hier trifft der 11. auf den 12. Und was ich hier schon mal sehr spannend finde, ist die Tatsache, dass der erste FSV Mainz 05 zu Hause bis hierhin noch kein einziges Spiel gewinnen konnte. Nach vier Partien steht man da bei lediglich einem Unentschieden und drei Niederlagen. Und auf der anderen Seite hat man dann Borussia Mönchengladbach, die ja nicht gerade für ihre Auswärtsstärke bekannt sind. Da hat man zwar immerhin schon in drei Partien einen Sieg holen können, das war allerdings gegen den VfL Bochum. Und ansonsten stehen auch zwei Niederlagen zu Buche. Und was ja auch noch so ein Faktor ist, Borussia Mönchengladbach ist ja nicht gerade eine Mannschaft, die häufig zwei Spiele in Folge gewinnt. Eben aufgrund der jetzt schon seit Jahren existierenden Auswärtsschwäche. In der Fremde hat die Borussia nämlich lediglich vier der letzten 39 Auswärtspartien in der Bundesliga gewonnen. Wenn also der Zeitpunkt für die Mainzer gekommen ist, hier den ersten Heimsieg in dieser Saison einzufahren, dann dürfte Borussia Mönchengladbach da doch vermeintlich der richtige Gegner sein. Und obendrauf kommt ja, dass die Mainzer gegen Borussia Mönchengladbach tatsächlich auch mittlerweile seit sieben Spielen ungeschlagen sind. Drei Siege, vier Unentschieden. Entsprechend kann man sagen, dass die Tendenz hier schon in Richtung der 0-5er geht. In der aktuellen Form würde ich hier jetzt keinen Favoriten sehen. Aber wenn wir bedenken, dass Gladbach eben auswärts schwach ist und Mainz zuletzt gegen Gladbach schon länger nicht mehr verloren hat, dann kann ich mir zumindest vorstellen, in welche Richtung es denn gehen könnte. Nehmen wir nochmal den vergangenen Spieltag mit rein. Da war es ja so, dass Gladbach mit 3 zu 2 gegen Heidenheim gewinnen konnte. Ausgerechnet Tim Kleindienst war da einer der besten Spieler bei der Borussia. Er befindet sich momentan in einer ganz guten Form und ich denke, das wird auch hier wichtig sein. Mainz hat zu Hause 0 zu 2 gegen Leipzig verloren. Das ist jetzt allerdings auch nicht die größte Überraschung gewesen. Und ja, ich würde hier tatsächlich auf einen knappen Sieg für Mainz gehen. Und zwar wäre da mein Ergebnis-Tipp ein 2 zu 1. Einfach weil die Borussia in den vergangenen Jahren selten bis nie zwei Spiele hintereinander gewonnen hat, auswärts sehr schwach ist und weil Mainz bei dieser Paarung in der jüngeren Vergangenheit eher die Nase vorne hat. Stuttgart gegen Kiel. Eines der Duelle an diesem Spieltag mit einem ganz klaren Favoriten, nämlich Kiel. Nein, Spaß beiseite. Der VfB ist ja natürlich haushoch favorisiert. Ja, der Start in die Bundesligasaison, der ist insgesamt jetzt nicht gerade optimal verlaufen. Nach sieben Spieltagen konnte man lediglich zwei Sieger einfahren zu drei Unentschieden und zwei Niederlagen. Neun Punkte und nur der zehnte Tabellenplatz. Aber wenn man sieht, wie der VfB Stuttgart spielt, wie man sich präsentiert, dann ist diese Mannschaft meiner Meinung nach besser, deutlich besser sogar, als der aktuelle Tabellenplatz vermuten lässt. Des Weiteren hat man ja jetzt auch in der Champions League Selbstvertrauen tanken können. Da hat man auswärts gegen Juventus Turin gewonnen. Eine Mannschaft, die bis hierhin noch kein einziges Spiel verloren hatte. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr starker Achtungserfolg. Und entsprechend kann man jetzt auch mit einer breiten Brust in dieses Duell gehen. Jetzt sollte man Kiel vielleicht nicht völlig unterschätzen, nur weil dieses Team bisher noch keinen einzigen Sieg eingefahren hat. Aber wenn ich jetzt beispielsweise an das Spiel gegen Bayer Leverkusen denke, da war ja Kiel relativ nah dran hinten heraus, sogar noch mehr als nur das Unentschieden zu holen. Von daher würde ich es immer damit halten, dass man im Fußball nie genau weiß, was passiert. Allerdings, wenn ja alles halbwegs normal verläuft, dürfte der VfB Stuttgart hier die Nase vorne haben. Ich meine, man hat ja auch in der Bundesliga nach der 0-4-Niederlage beim FC Bayern auch was wieder gut zu machen. Das Heimspiel gegen Holstein Kiel fällt ganz klar in die Kategorie Pflichtsieg. Und ich denke auch, dass man diese Pflicht erfüllen wird und zwar mit einem Ergebnis in der Richtung 3 zu 1. RB Leipzig gegen den SC Freiburg. In meinen Augen das eigentliche Topspiel an diesem Spieltag, denn immerhin trifft hier der Zweite auf den Dritten. Und gerade die Freiburger haben ja wirklich einen unfassbaren Start für ihre Verhältnisse hingelegt. Nach sieben Spieltagen steht man auf den dritten Tabellenplatz. Gleichbedeutend ist das Ganze auch mit einem Startrekord aus Freiburger Sicht. Denn erstmals in der Bundesliga-Geschichte hat man es geschafft, von den ersten sieben Spielen fünf zu gewinnen. Und das ist schon meiner Meinung nach eine ziemlich starke Leistung. Aber in Leipzig wird es natürlich unfassbar schwer werden. Denn auch die Leipziger stehen so gut da wie nie zuvor. 17 Punkte nach sieben Spieltagen sind auch da ein Rekord. Und außerdem ist es ja auch so, dass Leipzig gerade defensiv unfassbar stark ist. Da ist man die beste Mannschaft der Liga mit nur zwei Gegentreffern. Und ebenfalls interessant ist auch die Tatsache, dass Leipzig gegen Freiburg seit elf Pflichtspielen ungeschlagen ist. Und seit neun Bundesliga-Partien. Übrigens hat Leipzig zu Hause gegen den SC Freiburg noch nicht ein einziges Spiel verloren. Ich denke aber, dass wenn der Zeitpunkt gekommen ist für Freiburg was gegen Leipzig zu reißen, dann wahrscheinlich jetzt in dieser Form. Trotzdem würde ich persönlich eher davon ausgehen, dass sich hier wahrscheinlich Leipzig durchsetzt. Ich denke es wird ein enges Spiel werden. Ich glaube Freiburg wird es RB richtig schwer machen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass der SC hier vielleicht was mitnimmt. Aber meine Tendenz geht eher dahin, dass sich Leipzig mit einem 2 zu 1 durchsetzt. Augsburg gegen Dortmund. Ja, wie werden sich die Dortmunder nach der 2 zu 5 Klatsche gegen Real Madrid präsentieren? Klar ist, dass ein Sieg an dieser Stelle absolute Pflicht ist. Die Dortmunder laufen ihren Ansprüchen in der Bundesliga wieder so ein bisschen hinterher. Ja, aktuell hat man einen nur 4-Punkte-Rückstand zur Tabellenspitze. Dabei muss man allerdings das relativ leichte, in Anführungszeichen leichte Auftaktprogramm bedenken. Denn die harten Gegner kommen ja teilweise erst noch. Und wenn man sich bis dahin nicht deutlich steigert, dann ist klar, dass dieser Abstand eher wachsen als schrumpfen wird. Und deswegen müssen die Dortmunder jetzt doch anfangen sich ordentlich zusammenzureißen. Gegen Augsburg trifft man hier auf ein Team, welches sich defensiv momentan nicht wirklich stark zeigt. Im Gegenteil, denn wir sprechen hier von der defensiv zweitschwächsten Mannschaft in der laufenden Bundesligasaison. Bereits 18 Gegentreffer hat man nach sieben Spielen kassiert. Lediglich Holstein Kiel ist da noch schlechter mit 21 Gegentreffern. Was man hier allerdings aus Augsburger Sicht positiv bewerten kann, ist, dass man zu Hause zwei Spiele gewinnen konnte. Zu einem Unentschieden und lediglich einer Niederlage bis hierhin. Und demgegenüber stellen wir mal die Auswärtsschwäche des BVB. Denn Borussia Dortmund konnte von drei Auswärtsspielen bisher noch kein einziges Gewinn. Und man hat in der Fremde auch nur zwei Tore erzielt. Sprich, es wird langsam Zeit, sich auf fremdem Boden deutlich verbessert zu präsentieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es gegen Augsburg schief gehen sollte, und da würde ich einen Unentschieden schon zu zählen, dann fängt der Baum langsam an in Dortmund zu brennen nach der krassen zweiten Halbzeit bei Real Madrid. Da hat man ja schon die Reaktionen der Fans auch mitgekriegt. Es wird langsam ungemütlich in Dortmund. Man merkt es schon wieder. Aber hey, man fährt jetzt nach Augsburg, einem Gegner, wo der BVB sich durchaus schon mal schwer tut in den Spielen an sich. Da waren ja wirklich einige spektakuläre Partien dabei, aber wo sich die Dortmunder eben auch in der Regel durchsetzen. Denn seit sieben Spielen ist man gegen die Fuggerstädter ungeschlagen. Fünf Siege, zwei Unentschieden. Und generell von den gesamten 26 Bundesliga-Partien hat der BVB nur drei verloren. Und die letzte Niederlage liegt ja auch schon über vier Jahre zurück. Ich glaube, diese Partie wird gar nicht mal so einfach werden. Denn wie schon erwähnt, wir haben es hier mit relativ heimstarken Augsburgern zu tun. Und sehr auswärts schwachen Dortmundern. Und eigentlich würde ich sogar fast sagen, dass das Ganze hier für ein Unentschieden spricht. Von den letzten fünf Partien in Augsburg konnte der BVB wiederum auch nur zwei gewinnen. Also auch wenn die Gesamtbilanz und auch die jüngere Bilanz, egal ob heim oder auswärts, eher für den BVB spricht. In Augsburg tut man sich dann doch schon häufiger schwer. Sodass mir hier ein Tipp gar nicht mal so leicht gefallen ist. Denn ich sage euch ganz ehrlich, ich habe echt darüber nachgedacht, hier auf ein Unentschieden zu gehen. Aber am Ende habe ich mich für ein 3 zu 1 für den BVB entschieden. Einfach, weil der BVB jetzt auswärts liefern muss. Alles andere würde einfach dazu führen, dass der Baum mehr und mehr brennt. Allerdings ist doch das gar nicht mal so unwahrscheinlich. St. Pauli gegen den VfL Wolfsburg. Die Wölfe muss man sagen, aufgrund ihres Kaders erneut mit einem eher enttäuschenden Start in die Bundesliga-Saison. Ja, man hat sich gegen starke Gegner oft wirklich gut präsentiert, aber dann am Ende die Punkte nicht geholt. Und auch was die Pflichtsäge angeht, da hat man seine Aufgaben dann nicht erfüllen können. Zumindest nicht so, wie es nötig gewesen wäre, um weiter oben in der Tabelle zu stehen. Wobei man immerhin sagen muss, dass Wolfsburg eine recht gute Offensive stellt. Sieben Spieltage, 15 Tore. Allerdings auch eine sehr anfällige Defensive mit den 16 Gegentoren. Da gehört man auch zu den schlechteren Teams in der bisherigen Saison. Zumindest mal bis hierhin. Und ja, von den letzten fünf Partien konnte man nur eine einzige gewinnen. Das war am sechsten Spieltag gegen den VfL Bochum. Ohne das jetzt böse zu meinen, gegen wen auch sonst. Und am vergangenen Spieltag hat man mit 2 zu 4 gegen Werder Bremen verloren. Und jetzt muss man bei St. Pauli ran, die am letzten Spieltag recht knapp mit 1 zu 2 beim BVB verloren haben. Wo vielleicht sogar mit ein bisschen Glück sogar noch in der Nachspielzeit das Unentschieden drin gewesen wäre. Und wo man sagen muss, St. Pauli verkauft sich für die eigenen Möglichkeiten aktuell wirklich nicht schlecht. Und Pauli hat tatsächlich auch eine positive Statistik gegen den VfL Wolfsburg. Denn vor heimischem Publikum hat man gegen die Wölfe noch nie verloren. Egal ob in der Bundesliga, 2. Liga, Regionalliga oder in der Oberliga. Wolfsburg hat noch nie bei St. Pauli gewonnen. Ich meine jetzt ist Pauli nicht gerade ein regelmäßiger Bundesligateilnehmer. Sodass diese Statistik historisch gesehen jetzt auch nicht unbedingt den größten Wert hat. Und irgendwann reißen solche Serien immer ein. Allerdings muss man auch sagen, dass Wolfsburg bis hierhin nicht nachhaltig überzeugen konnte. Und deswegen sage ich und tippe darauf, dass St. Pauli und Wolfsburg sich mit einem Unentschieden trennen werden. Da ist mein Tipp ein 2 zu 2. Ich kann mir wirklich sehr gut vorstellen, dass die Serie von Pauli vor heimischem Publikum gegen Wolfsburg weiter anhält. Kommen wir jetzt zur 18-30 Partie bzw. auch dem Topspiel an diesem Spieltag. Zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Ein Duell, welches meiner Meinung nach gar nicht mal so unspannend werden kann. Denn immerhin hat Bremen einen soliden Start in die Saison hingelegt. Von den letzten 5 Partien hat man 3 gewonnen. Man steht aktuell auf dem 8. Platz in der Bundesliga-Tabelle. Und wir haben auch schon das ein oder andere Spektakel mit Werder gesehen. Und wenn man bedenkt, dass Leverkusen auf der anderen Seite ebenfalls gut für Tore und Gegentore ist, dann kann auch das hier potenziell wieder ein Spektakel werden. Allerdings ist es aktuell so, dass Werder bis hierhin in dieser Saison zu Hause noch kein einziges Tor erzielt hat in den ersten 3 Spielen. Das bedeutet auch, dass man noch keinen einzigen Sieg einfahren konnte. Wohingegen Leverkusen auf der anderen Seite auswärts noch kein einziges Spiel verloren hat. Die einzige Niederlage bis hierhin war ja das 2 zu 3 gegen RB Leipzig. Besonders Leverkusen dürfte ja richtig gute Erinnerungen an Werder Bremen haben. Denn beim letzten Duell zwischen den beiden Teams in Leverkusen war es ja so, dass man sich mit dem 5 zu 0 Heimsieg die erste deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte gesichert hat. Und abgesehen davon ist der Leverkusen auch sowas wie der absolute Angstgegner, zumindest momentan von Werder Bremen. Denn von den letzten 8 Bundesligaspielen konnte man kein einziges gegen die Werkself gewinnen. Zu 4 Unentschieden und 4 Niederlagen. Und was die 5 jüngsten Duelle angeht im Weserstadion, da war es so, dass Leverkusen 4 Siege und 1 Unentschieden holen konnte. Und wenn man das alles zusammennimmt, plus eben die schon vorhin erwähnte Tatsache, dass Bremen bis hierhin zu Hause noch keinen einzigen Treffer erzielen konnte, dann spricht hier für Werder eigentlich nicht allzu viel. Und deswegen denke ich auch, wird sich Leverkusen durchsetzen. Allerdings kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es den Werderanern erstmals in dieser Saison gelingen wird, vor allem mit dem Publikum Tore zu erzielen. Allerdings wird das bei meinem Tipp nicht reichen, denn ich gehe auf ein 4 zu 2 für Leverkusen. Bochum gegen Bayern. Ja, das wahrscheinlich deutlichste Duell an diesem Spieltag. Eigentlich sogar ziemlich sicher, denn hier trifft der Erste auf den 18. die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Bayern auf die bis hierhin sieglosen Bochumer. Und im Prinzip gibt es hier eigentlich auch nicht wirklich viel, was für Bochum spricht. Wobei selbst bei dieser Paarung hin und wieder mal eine Überraschung nicht ausgeschlossen werden kann. Denn wenn wir jetzt auf die letzten Duelle blicken, dann hat Bochum das letzte Spiel zu Hause mit 3 zu 2 gegen die Bayern gewonnen. Davor gab es ein 0 zu 7 und davor ein 4 zu 2. Also Bochum war schon hin und wieder mal in der Lage, die Bayern so ein bisschen zu ärgern. Aber ich bin echt mal gespannt, ob das jetzt auch in dieser Situation gelingen wird, wo man bis hierhin in der Bundesliga noch so ziemlich gar nichts gerissen hat. Und wo auch vieles danach riecht, dass am Ende dieser Saison tatsächlich auch mal wieder ein Abstieg bevorstehen könnte. Und was auch noch erschwerend hinzukommt, die Bayern haben ja jetzt nach der 1 zu 4 Pleite beim FC Barcelona wieder was gut zu machen. Da sagt man ja auch immer so gerne, die Bayern haben Wut im Bauch. Und davon gehe ich jetzt hier auf jeden Fall auch aus. Und deswegen mache ich es kurz. Mein Tipp ist, dass die Bayern Bochum gnadenlos auseinandernehmen werden. Und zwar mit einem 6 zu 0. Kommen wir zu einem weiteren Top-Spiel und zwar zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Der 5. trifft hier auf den 6. Beide haben einen guten Saisonstart hingelegt. Und entsprechend kann man auch sehr gespannt sein auf diese Partie. Bei der ich zwar Frankfurt, was die Qualität angeht, am ehesten favorisiert sehe. Aber wenn man bedenkt, dass Union Berlin mittlerweile wieder unfassbar heimstark ist und eine gute Saison bis hierhin spielt, würde ich dieses Spiel schon in die Kategorie 50-50 einordnen. Und auch hier gibt es wieder ein paar spannende Statistiken. Zum einen hat Bo Svensson als Trainer in der Bundesliga noch kein einziges Spiel gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Und Dino Topmüller hat noch nie gegen Union Berlin verloren. Und die Bilanz in Berlin seit dem Aufstieg von Union ist übrigens ausgeglichen. Zwei Spiele konnten die Eisernen gewinnen, zwei Spiele Frankfurt und es gab ein Unentschieden. Das letzte Duell in Berlin endete übrigens mit einem 3 zu 0 für die Frankfurter. In der vergangenen Spielzeit war es aber so, dass Union Berlin ja eine Saison hatte, die als Ausreißer nach unten zu bezeichnen war. Und jetzt ist man ja wieder ungefähr da, wo man in den Jahren vor der Champions League gewesen ist. Bei einem Fußball, der jetzt vielleicht nicht der schönste ist und wo jetzt nicht gerade spektakulär viele Tore fallen, wo man aber mit einer guten Defensivarbeit und unter anderem auch wegen einer gewissen Standardstärke die Punkte einfertigt. Ich meine, Union Berlin hat einfach die Hälfte der bisherigen erzielten Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Für mich ist das hier auf jeden Fall eine sehr, sehr schwer zu tippende Partie. Meine persönliche Tendenz geht eher Richtung Eintracht Frankfurt. Ich glaube aber, dass ein Unentschieden hier gar nicht mal so unrealistisch ist und deswegen würde ich auf ein 1 zu 1 tippen. Heidenheim gegen Hoffenheim. Hoffenheim, die letzte Begegnung an diesem Spieltag und hier ist es so, dass Heidenheim von den letzten 5 Bundesligaspielen 4 verloren hat und Hoffenheim konnte nach 5 Spielen ohne Sieg wieder den ersten Dreier einfahren und zwar gegen den VfL Bochum. Da müsste man jetzt fast die Frage in den Raum werfen, gegen wen sonst. Aber ich sage mal so, Hoffenheim war ja vorher auch schon wieder auf einem guten Kurs. Man hat ja beinahe in Stuttgart gewonnen, dann hatte man ja noch Pech mit dem Last-Minute-Elfmeter, der natürlich gerechtfertigt war, aber man war wirklich nur ein paar Sekunden davon entfernt, auch da mehr mitzunehmen als einen Punkt. Auch die Partie gegen Bremen war ja zunächst nicht schlecht, wo man mit 3 zu 0 in Führung geht und dann kassiert man früh eine rote Karte und verliert noch 3 zu 4. Jetzt ist die frühe rote Karte keine Ausrede dafür, danach noch 4 Gegentreffer kassieren zu können. Aber das war natürlich auch ein Faktor, der die Mannschaft dann destabilisiert hat. Insgesamt ist es aber so, dass Hoffenheim als Mannschaft gar nicht mal so einen schlechten Eindruck macht und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass es hier jetzt nach und nach in eine positive Richtung gehen kann. Und immerhin hat die TSG auch in der bisherigen Bundesliga-Historie zwischen den beiden Teams noch nicht gegen Heidenheim verloren. Die letzte Partie endete mit einem 1 zu 1 in Hoffenheim und am zweiten Spieltag der vergangenen Saison konnte die TSG mit 3 zu 2 in Heidenheim gewinnen. Das besonders krasse an der Stelle, da war es ja so, dass Heidenheim mit 2 zu 0 in Führung lag und mit Treffern in der 77. 80. und 90. Minute hat man dann die Partie doch noch gedreht. Ich für meinen Teil glaube, dass dieses Spiel in beide Richtungen kippen kann. Eine klare Tendenz habe ich hier nicht und deswegen habe ich mich dazu entschieden, hier auf ein 2 zu 2 unentschieden zu tippen. Und in der Tabelle würde sich das Ganze wie folgt widerspiegeln, wenn meine Tipps aufgehen würden. Auf der 1 weiterhin der FC Bayern, dicht gefolgt von RB Leipzig, Punktgleich. Dahinter Leverkusen auf der 3, auf der 4 Borussia Dortmund. Union Berlin würde auf der 5 bleiben. Freiburg auf die 6 abrutschen. Frankfurt auf die 7. Stuttgart käme hoch auf die 8, Mainz auf der 9, Werder runter auf 10, Heidenheim auf 11, Gladbach auf 12 und auf den Plätzen 13 bis 18 würde sich im Vergleich zur Tabelle nach dem 7. Spieltag nichts ändern. So und an der Stelle gebe ich jetzt selbstverständlich auch wie immer an euch weiter. Was denkt ihr, wie werden die einzelnen Partien ausgehen? Schreibt mir da gerne mal eure Tipps in die Kommentare. Ansonsten findet ihr wie immer mein neuestes Video in der Endcard. Schaut auch da gerne mal vorbei. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball.